Gutes wird mit Gutem und Böses mit Bösem vergolden. Anerkennung gibt dem Streben Nahrung. Anerkennung braucht jeder. Eines der traurigsten Dinge im Leben ist, dass ein Mensch viele gute Taten tun muss, um zu beweisen, dass er tüchtig ist, aber nur einen Fehler begehen braucht, um zu beweisen, dass er nichts taugt. Anerkennung ist wärmer als Kleider. Der einzige Tyrann, den ich in dieser Welt anerkenne, ist die leise innere Stimme. Wer stets mit Lob geizt, zeigt damit seine eigene Mittelmäßigkeit. Offenheit verdient immer Anerkennung. Anerkennung gibt dem Streben Nahrung. Der wahrhaft Edle predigt nicht, was er tut, bevor er nicht getan hat, was er predigt. Anerkennung er gonnabiten für die Zeit, den Streben Nahrungsgeist in den Brechenland und in den Flbruck ist das leider wichtig. Auch wenn er nicht mehr vor mir, wie sich ein Punkt entspringen hat. Vielen Dank.